Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Tutorial in Lumina 3. Heute möchte ich dir mal das Zuschneiden-Werkzeug vorstellen. Viel Spaß mit dem Video. Das Zuschneiden-Werkzeug finden wir hier oben unter den Werkzeugeinstellungen. Und da ist es gleich das Erste. Entweder können wir es mit der Maustaste hier anklicken oder wir drücken einfach die Taste C. Das wäre dann der Shortcut. Ich klicke jetzt einmal hier drauf und schon bin ich im Zuschneiden-Werkzeug angekommen. Und jetzt haben wir hier eine neue Reihe hinzubekommen und die werden wir uns jetzt mal etwas genauer angucken. Da haben wir als erstes hier auf der linken Seite Bildzuschneiden stehen. Das zeigt uns eigentlich nur an, dass wir jetzt im Bildzuschneiden-Werkzeug drin sind. Dann haben wir hier die verschiedenen Seitenverhältnisse. Das Original, das ist das, was ihr mit eurer Kamera aufgenommen habt. Das kann 3-2 sein, das kann aber auch 4-3 sein oder was auch immer ihr in eurer Kamera eingestellt habt. 16 zu 9, weiß ich glaube ich, geht auch. 21 zu 9, 16 zu 10, 4 zu 5. 5 zu 4 wird es nicht geben. 7 zu 5 glaube ich auch nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Aber wenn ich jetzt hier einmal draufklöcke, dann seht ihr, was wir hier alles zur Verfügung haben. Da haben wir hier einmal frei. Das heißt, wir können jetzt hier nach Lust und Laune das Bild zuschneiden, wie wir Lust und Laune haben. Dann können wir das Ganze entweder so, wie ich das gerade gemacht habe, zurücksetzen oder aber wir gehen hier einmal auf Zurücksetzen. Dann seht ihr auch, hier steht dann wieder Original. So, dann klicke ich nochmal drauf und dann können wir hier mal gucken, was ist Transposition. Ja, dann wird aus dem ganzen Bild, was ein Querformat war, ein Hochformatbild. Und um das Ganze wieder zurückzusetzen, können wir auch wieder hier einmal draufklicken. Dann steht hier wieder Original oder wir ziehen das Bild dann wieder auf. Dann müssen wir allerdings aus diesem Transpositionsding rausgehen, weil wenn ich jetzt hier versuche, irgendwas aufzuziehen, das funktioniert nicht. Dann müssten wir wieder zurückgehen ins Original und dann springt er auch wieder ganz normal zurück ins Querformat. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die verschiedenen Formate an. Also wir haben hier 16 zu 10. Wir haben Fernsehformat 16 zu 9. Dann haben wir 11 zu 8,5. Das ist ja ein Format, was ich nicht kenne. Dann hätten wir 7 zu 5, ist ein Format, was hin und wieder mal vorkommt. Dann hätten wir 5 zu 4. 5 zu 4 ist das Format für Instagram. Also wer auf Instagram unterwegs ist, der wird seine Bilder im Verhältnis 5 zu 4 speichern, weil sonst fehlt euch oben und unten oftmals ein bisschen was. Deshalb für Instagram immer Seitenverhältnis 5 zu 4. Dann haben wir die besagten 4 zu 3 und 3 zu 2. Ihr seht, ich fotografiere im 3 zu 2 Format. Dann hätten wir 1 zu 1, ein Quadrat. Und dann hätten wir das Ganze auch noch im Hochkant 2 zu 3, 3 zu 4. Instagram 4 zu 5. 5 zu 7. 8,5 zu 11 ist ein Format. Keine Ahnung, wo das zur Geltung kommt. Wenn es einer weiß, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ja, 9 zu 16, Fernsehformat hochkant. Und 16 bzw. 10 zu 16. Und dann muss ich sagen, das ist auch eine ziemlich coole Funktion bzw. ein ziemlich cooles Feature. Wer sich mit Facebook auseinandersetzt und möchte da sein eigenes Cover erstellen, der kann hier auf Facebook Cover gehen und hat dann das Format für Facebook. Welches das jetzt ganz genau ist, kann ich euch nicht sagen. Da habe ich mich einmal irgendwann mit beschäftigt und danach nie wieder. Auch Facebook Feed ist dann hier wieder fast quadratisch oder es ist quadratisch. Könnte, könnte aber auch ein bisschen kleiner sein. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Und dann haben wir noch Benutzer definiert. Hier kannst du das Seitenverhältnis deinen eigenen Wünschen anpassen. Also wenn du jetzt unzufrieden bist mit 16 zu 9, dann machst du halt 16 zu 7. Würde dann so aussehen. Geht auch. Dann hast du hier oben eigene stehen. Jetzt wollen wir mal gucken. Nein, separat abspeichern kannst du das wohl nicht. Das heißt, du musst das halt immer wieder neu eingeben. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen mal wieder zurück ins Original und springen jetzt einfach mal hier rüber. Wenn ich da drauf gehe, seht ihr, ich habe das Schloss gelöst. Das heißt, jetzt ist es komplett frei transformierbar. Hier kannst du machen, was du willst. Du kannst es hochschieben. Du kannst tun und lassen, worauf du Lust hast. Gehst du jetzt wieder ins Original, schließt sich das Ganze hier oben wieder. Das heißt, du bist jetzt im Original und müsstest jetzt dann wieder auf frei klicken. Ich mache es nochmal. Ihr seht, selbst wenn ich das dann hier rüber mache, springt dann hier das Schloss auf. Und du kannst das Bild ganz frei nach deinen Wünschen zuschneiden. Ich bleibe jetzt erstmal im Original und wir gehen jetzt zum nächsten Reiter und zwar Winkel. Was heißt Winkel? Winkel heißt in dem Falle nichts anderes, als wie, dass wir das Bild drehen können oder aber auch begradigen. Ich sage mal, das kommt halt vor, wenn du jetzt einen Horizont hast und du hast da nicht auf die Wasserwaage im Display von der Kamera oder auf der Kamera geachtet und du bist halt ein bisschen schief, dann kannst du das Ganze hier rüber auch wieder begradigen. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, bin ich wieder Winkel 0 oder ich hätte auch einfach auf Zurücksetzen gehen können. Dasselbe ist, wenn du jetzt hier an den Rand gehst, siehst du einen Pfeil, der nach oben und nach unten zeigt und so in einem Viertelkreis angegeben ist. Wenn du da einmal drückst, hast du dann auch die Möglichkeit, dein Bild zu beschneiden, deinen Winkel zu begradigen. Dafür ist dieses Tool eigentlich gedacht. So, dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Einmal auf Zurücksetzen klicken und dann ist das Ganze zurückgesetzt. Als nächstes haben wir dann hier derzeit aktiviert. Das ist die Drittelregel. Und das hier wäre der goldene Schnitt. Ja, da gibt es zwei verschiedene Formen. Es gibt auch noch eine dritte. Das läuft dann wie so eine Spirale, läuft das dann hier raus. Da weiß ich allerdings nicht genau, wie das jetzt heißt. Da müsste ich nachgucken. Da habe ich mich bis jetzt noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Das hat damit zu tun, dass wenn du dein Bild aufbaust, dass du dann darauf achtest, dass du deine Hauptmerkmale im Bild halt entweder hier auf den goldenen Schnitt legst oder auf der Drittelregel dann hier auf den Schnittpunkten. Ja, ich sage jetzt mal wie hier. Diese kleine Insel liegt jetzt hier schön auf dem Schnittpunkt. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann hier noch den Button, den ich eben schon die ganze Zeit benutzt habe, das Zurücksetzen. Das setzt halt alles, was du mit diesem Bild gemacht hast, zurück. Das versteht sich oder das ergibt sich eigentlich aus dem, was hier steht. So, wenn ich jetzt ein Bild beschnitten habe, ich sage jetzt mal, ich möchte das gerne so haben, dass ich die kleine Insel hier schön auf meinem Schnittpunkt habe mit dem Baum hier oben. Und ich sage jetzt mal hier das Ende von dem Wasser, von dem Teich, genau hier an dem Schnittpunkt. Dann habe ich das Bild jetzt so zugeschnitten. Wenn ich das Ganze jetzt bestätigen möchte, weil ich danach weiter damit arbeiten möchte, dann klicke ich einmal hier oben rechts auf Fertig und erstelle das Bild dann frei und dann hast du dein Bild so zugeschnitten. Ja, ich bin am Ende des Videos angekommen. Hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest einige nützliche Tipps und Tricks oder neue Informationen für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest und das Video mit deinen Freunden teilst. Wenn das das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du dann eine Information darüber. Möchtest du jetzt ebenfalls mit diesem Programm arbeiten und machst das noch nicht, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Gleichzeitig kannst du mit diesem Link auch meinen Kanal unterstützen. Dieser Link ist ein Affiliate-Link und ich bekomme eine kleine Provision dafür, wenn du über meinen Link dieses Programm kaufen würdest. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!